Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute auf der Uhr ein Blick in den DAX. Das hatte ich im Blog schon geschrieben. Da machen wir heute Detailanalyse. Da bin ich im Blog gar nicht so ausführlich geworden. Aber interessant, was sich dort gestern bewegt hat und wo wir hängen geblieben sind. Ich sage nur, wir haben gestern früh über dieses Level gesprochen. Kurzfristig interessante Geschehnisse dort an dieser Stelle. Weiter geht es auf der Währungsseite. Heute auf der Uhr Austral-Dollar, US-Dollar und Schweizer Franken, japanisches Yen. Und dann gucken wir in den Rohstoffen mal wieder auf Silber. Da kam es jetzt zum Ausbruch aus der bullischen Flagge. Mal schauen, wie es ja weitergeht. Chancen für die Oberseite sind auf alle Fälle da. Das Ganze gleich live in den tickenden Charts. An dieser Stelle wie immer auch ein herzliches Dankeschön an alle, die hier live zuschauen. Und auch wie immer die Bitte oder der Wunsch, wenn jemand etwas Spezielles analysiert haben möchte. Einfach rein damit in die Chats hier bei uns auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Ich sehe, das wird gerade auch schon genutzt. Euro, japanischer Yen wird gefragt. Wunderbar. Rein damit. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne darum. Ich habe heute mal wieder dieses neue Tool von Facebook am Laufen, wo ich ja gerade wieder mal keine Fragen sehe. Von der Seite her wäre es echt lieb, wenn mal irgendwer einen Kommentar schreibt, damit ich das auch sehen kann, ob hier irgendwo was ankommt. Und ansonsten muss ich ja nochmal weiter suchen, wo ich das Ganze sehe. Das macht sich natürlich immer ein bisschen schwierig, im Live-Stream sowas dann anzuschauen. Das heißt, Fragen oder Guten Morgen, Grüße oder Ähnliches. Ich sehe jetzt hier im neuen Stream nichts. Danke fürs Reinschreiben. Ich hoffe, das kommt dann irgendwann hier über den Ticker mitgelaufen. Wenn nicht, wenn Fragen auch sind, ich gehe darauf später dann gerne auch nochmal ein. Wir machen weiter. Hier an dieser Stelle selbstredend mit dem Thema Risikohinweis. Ich bitte, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Das dazu und damit würde ich sagen, schauen wir direkt gleich mal rein in die Tagesnachrichten für heute. Es ist eine Menge USA da und heute ist auch ein sehr, sehr wichtiger Tag in den USA, die FED-Tag nämlich. Heute ist die FED dran. Zuvor, 11 Uhr, nein, 12 Uhr kriegen wir die Pressekonferenz der OPEC mal wieder. Gestern hatten wir API-Rohöl-Lagerbestände bekommen. Die sind wieder ganz schön ordentlich angewachsen. Eher schlecht für den Ölpreis. Ja, das muss man so ein bisschen beobachten. Es gab ja zwischendrin auch mal einen Rückgang, aber momentan geht es wieder nach oben. Wenn das nachhaltig bleibt, muss man schauen, wie nachhaltig die Erholung am Ölmarkt überhaupt ist. Das Thema Verbrauch und Fördermengen steht ja in sehr, sehr hohem Zusammenhang. Und es gibt zwar langsam diese, sag ich mal, Lockdown-Lockerungen, nur das springt natürlich nicht so schnell an, wie der Ölmarkt jetzt nach oben gerannt ist. Und das könnte durchaus wieder zu rückläufigen Ölpreisen führen. Das muss man mal schauen. Aus den USA heute um 14.30 Uhr. Wir kriegen den Verbraucherpreisindex. Na gut, die Inflation, die wird sich in den USA wirklich auch in Grenzen halten. Deswegen hat die FED die Zinsen ja auch so stark nach unten gesenkt. Sie hat ja auch mittelfristig das Ziel, die Inflation Richtung 2% auch zu haben. Davon sind wir weit, weit weg. 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöl-Lagerbestände. 20 Uhr den Haushaltssalto. Und dann gibt es um 20 Uhr auch noch die Wirtschaftsprojektionen. Das FOMC-Statement, die Zinsentscheidung. Und 20.30 Uhr dann die FED-Pressekonferenz, wo Paul spricht. Und Paul hat jetzt, denke ich mal, eine ziemlich schwere Aufgabe zu erledigen. Warum das Ganze? Wenn man mal einfach schaut, was Paul gesagt hat über das Thema auch am Arbeitsmarkt in den USA, zu dem Thema Rezession in den USA. Die USA ist in einer sehr, sehr schweren Rezession. Paul hat, sage ich mal, dort ein sehr, sehr düsteres Bild gezeichnet. Auch mit Begründung auf diese hohe Arbeitslosenquote. Ich meine, wir haben, wenn ich das richtig gelesen habe, von der Lesweise her, momentan 25 Millionen Arbeitslose in den USA. Das ist schon eine Hausnummer, die schon massive wirtschaftliche Bedeutung für die USA hat. Ja, und was haben wir letzte Woche gesehen? Wenn wir uns den Arbeitsmarktberichten in den USA angucken, die Non-Farm-Payrolls. Da gab es letzte Woche einen Zuwachs an Stellen. Das heißt, es wurden mehr Stellen geschaffen. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist vielleicht doch nicht so träge im Recovery. Der kommt wahrscheinlich schneller zurück, als auch die FED das erwartet hat. Möglicherweise sieht man dort genau das Gleiche wie am Aktienmarkt, dass halt die Erholung nicht Stück für Stück so nach oben geht, sondern dass man da auch eine v-förmige Erholung sieht. Wenn das so kommt, dann wird sich das Thema auf die Preise oder auch auf die Preisentwicklung möglicherweise ganz, ganz anders auswirken, als die FED das entsprechend geplant hat. Also das wird sehr, sehr spannend, wie Paul hier heute in seiner Stellungnahme darauf eingeht, wie er den Plan für die Zukunft auch bringt. Und was auch sehr, sehr spannend wird, ist, wie sich das Thema dann Stück für Stück auch in den Wirtschaftszahlen umsetzt, beziehungsweise auch bei den Unternehmenslenkern. An dieser Stelle, die USA hat halt auch sehr, sehr starke Wirtschaftsprogramme geschoben. Das Triple-Pre-Programm, um die Unternehmen zu schützen, dass die die Leute nicht entlassen müssen. Die 600 Dollar Arbeitslosenhilfe, die die Arbeitslosen pro Woche bekommen. Das Ganze läuft noch bis Ende Juli. Ich glaube, gestern war der Entscheid dazu, ob es verlängert wird oder nicht. Da muss ich nachher mal in den Nachrichten suchen. Das kam gestern 20.30 Uhr über die Ticker, aber ich finde den Artikel dazu nicht mehr. Da muss ich mal suchen, wobei die Märkte gestern nicht massiv eingebrochen sind. Von der Seite her denke ich, dass es da zumindest mal keine negativen Nachrichten gab. Plan ist ja gewesen oder zumindest sollte es so sein, dass das sinnvollerweise noch etwas verlängert wird, dieses Programm. Mal schauen, was dort gekommen ist. Wie schon gesagt, da muss ich mal nachgrasen. Da kann ich leider noch nicht mit aktuellen Zahlen dienen. Ich habe das Thema aber auf der Uhr. Aber wie schon gesagt, heute Abend 20.30 Uhr, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Zinssenkung wird es wohl nicht geben. Die Analysten rechnen auch mit einem Basispunkt von 0,25. Das heißt, da bleibt alles beim alten. Paul wird das sagen, was hier wichtig ist. Und da werden die Börsianer mit sehr gespitzen Ohren auch hinschauen. Und ich sehe gerade, ha, hervorragend auf Facebook, wir haben, ich sehe die Kommentare, traumhaft. Danke für die Kommentare. Alles beim alten, da bin ich jetzt echt megamäßig entspannt. Gut, danke dafür. Die Nachrichten sind durch. Und wir blicken jetzt einfach mal auf das, was uns interessiert, nämlich hier die tickenden Charts. Und zwar hier, ich hatte es gesagt, DAX, den bringen wir heute. Wir fangen erst mal mit den Nachrichten an. Obwohl, was habe ich denn, ja, genau, nicht mit den Nachrichten. Die Nachrichten haben wir ja gerade besprochen. Wir fangen mal mit dem Rohstoff an. Und zwar mit Silber. Wir hatten vor kurzem über Silber schon gesprochen. Wir sehen hier den Chart im Hintergrund. Ich mache den für die Video-Zuschauer, für Facebook-Zuschauer gleich auch mal nach dem Bildschirm groß an dieser Stelle, dass man den Chart besser sehen kann. Hier an dieser Stelle sehen wir im Chartbild den Silberpreis. Und da habe ich noch diese zwei blauen Linien in den Chart gepinselt, sozusagen, was die bullische Flagge ist. Warum ist das eine Bullenflagge? Weil wir in einem Aufwärtstrend verortet sind. Das sehen wir auch sehr, sehr schön auf Tagesbasis. Schaut euch das Ding mal an hier, wenn wir den Silberpreis uns mal anschauen. Hier ist schön der Aufwärtstrend. Das ist die korrektive Flagge. Auch sehr interessant, wo der Markt hier hängen geblieben ist. Schaut mal hier in diesem Unterstützungsbereich. Also es war ja erst ein Verkaufsbereich. Dann war es der Widerstand hier. Und hier jetzt sind wir drüber gelaufen. Und in diesem Bereich um die, ich sage mal ganz knapp, 1740 bis 1760 in dem Dreierum ist der Supportbereich. Und wir sind in der Korrektur, jetzt schalte ich nochmal um in den 4-Stunden-Rahmen rein. Wir sind in der Korrektur auch in einem sehr, sehr interessanten Level stehen geblieben. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, die letzte Korrektur, wie wir hier nach oben gelaufen sind, Stück für Stück. Da hatten wir hier in diesem Bereich um die knapp 1725 einen untergeordneten Kaufbereich. Hier hat der Markt eine ganze Weile verharrt. Das ist der 4-Stunden-Chart. Also es ist schon einiges an Zeit gewesen, wo hier sozusagen eingesammelt wurde. Und wir sehen es halt hier. Hier ist der Markt draufgelaufen und gleich auch wieder hochgestoßen. Das heißt, die 1725 haben hier geholfen, den Markt nach oben zu bringen. Und dafür zu sorgen, dass wir aus dieser Flagge nach oben hin ausbrechen können. Jetzt fehlt allerdings noch die Bestätigung. Wenn wir mal schauen, diese Kerze hier, ich hänge da mal ganz kurz einen Pfeil ran, aber ich glaube, der stört uns dann im 4-Stunden-Chart. Diese Kerze hier, dieses Teil, das ist die Umkehrkerze. Das ist die Ausbruchskerze. Und da kommt es drauf an. Die brauchen wir jetzt noch bestätigt. Nun ist das Ganze beim Silber immer so. In der letzten Zeit war Silber mit solchen Bestätigungen auch immer mal ein bisschen lahm. Das haben wir auch beim letzten Mal gesehen, wenn wir uns das mal anschauen, aus der letzten Korrektur rausgekommen sind. Schaut mal hier. Das war das Umkehrsignal aus der letzten Korrektur. Und dann statt richtig gleich mit Schmackes nach oben zu laufen, dasselbe Bild. Der nächste Tag, kein Gang drüber. Der übernächste Tag, mal kurz oben angelupft, wieder rübertag. Und dann, drei Tage später, hat der Markt sich wirklich was gefasst, ist nach oben gelaufen von diesem kleinen Support-Level hier bei 16,88 und hat dann den Weg auf 18,40 beschritten. Es ist träge, aber es lohnt sich. Das heißt, hier kann man sich gemütlich auf die Lauer legen und im 4-Stunden-Chart heißt das, was brauchen wir? Nummer 1, für die Bestätigung der Kerze, die wir hier gesehen haben, auf Tagesbasis, müssen wir natürlich erst mal hier oben über dieses Level laufen. Beziehungsweise, wartet mal, jetzt muss ich mal kurz im Tagesschart schauen, dass ich sehe, ja genau richtig, das richtige Level. Also hier oben drüber, grob über den Daumen, um die 17,80 Dollar, da müssen wir drüber. Dann haben wir hier in der Stunde auch einen Trend nach oben laufen, das heißt, wir haben dann wieder einen Aufwärtstrend. Und dann optimalerweise natürlich auch noch das Trendtief, diese Abwärtskorrekturphase rausnehmen. Das haben wir hier liegen. Schaut mal, das hier ist der Trend nach unten und der hat hier oben bei 17,85 das Hochliegen. Und da müssten wir dann optimalerweise auch noch drüber. Das wird auch passieren, wenn wir nach oben laufen. Heißt also, hier ist es jetzt megamäßig interessant zu sehen. Denn erstens, lasst uns einen Trend entstehen hier in der kleineren Zeiteinheit über 17,80 und danach dieses Zwischenhoch rauswuppen und dann können wir uns nach oben orientieren. Anlaufpunkte auf der Oberseite Richtung 17,40, da müssen wir noch so ein bisschen aufpassen hier oben um die, was haben wir hier, 18,08 in etwa. Das war hier untergeordnet so ein kleiner Verkaufsbereich, das kommt auch von hier oben, dieser Trendbruchbereich, beziehungsweise als wir hier dann unten reingelaufen sind und sich der Trend gebildet hat. Aber diese Marke, die sollte ein bisschen Beachtung finden, würde mich im Silber nicht wundern, wenn es da etwas zäher wird. Aber ansonsten, wir sind Silber im Aufwärtstrend und der Trend setzt sich nun mal oft eher fort, als dass er zusammenbricht und mit einer wirtschaftlichen Erholung könnte Silber hier auch weiter unter die Arme gegriffen werden, sodass die Oberseite definitiv da ist. Prallen wir allerdings ab, das heißt, schafft es der Markt nicht über die 17,85, dann können wir uns relativ flott auf der Unterseite orientieren. Also das ist für die kurzfristigen Trader durchaus interessant, einen Abprall von hier oben zu sehen. Und wenn wir den Abprall sehen, dann müssen wir mal schauen, im etwas größeren Bild haben wir hier natürlich den Laufbereich unten um die 17,25, beziehungsweise dann ist da noch Luft unten bis hier rein in das Trendkorrekturtief, das übergeordneten Aufwärtstrend, das haben wir bei 16,72 stehen. Dann hat sich inzwischen allerdings auch schon wieder ein Gegentrend gebildet und dann haben wir hier auch eine astreine SKS liegen. Also das wäre dann ein sehr, sehr negatives Bild, kann aber alles passieren, deswegen haben wir es mit auf der Uhr, nur der Markt ist eher nach oben gerichtet. Kurzfristig der Abprall, wer sich das mal anschauen will, wer das Ganze quasi im Intraday-Bereich, wenn ein bisschen Bewegung reingeht, auch sich anschauen möchte, der schaut mal bitte diesen Bereich hier an. Ich mache mal kurz ein Rechteck drum, also dieser Bereich, der ist da interessant. Und zwar ist der Bereich interessant, weil, Moment, kleinen Augenblick, das können wir so nicht lassen. Komm her, ja. Dieser Bereich ist da interessant und zwar aus einem Grund, schaut mal hier, wir haben hier leicht was nach unten Trenden. Und wenn wir hier tatsächlich oben abprallen sollten, dann sehen wir hier in den kleinen Laufzeiten, dass der Markt nach unten geht. Also hier, wenn man es mal enger zusammenbringt, schaut mal, das ist das Bild, was wir nach unten gerichtet hatten. Das wieder die Aufwärtsbewegung jetzt, das Bullische, sollte es hier oben aber einen Abprall geben. Also hier oben in diesem Bereich, wenn der Markt dort definitiv nicht drüber kommt, dann ist das ganz klein im untergeordneten Bereich ein Widerstandslevel da oben. Und wenn hier der Abprall kommt und die 5 Minuten tatsächlich abwärts trenden, das heißt hier unter dieser Marke laufen, hier dieses Level, jetzt aber hier, das hier unten, wenn wir da drunter laufen, die Technik, Kinders, manchmal ist es komisch, aber gut, es ist wie es ist. Hier unten, da, dieser Bereich, der ist der Bereich, wo es drunter geht. Wenn es da drunter geht, dann haben wir Abwärtsbewegung, auch entsprechend da, und dann können wir uns nach unten orientieren. Anlauflevel, natürlich in den kleinen Bereichen, wartet mal, ich mache mal hier kurz noch eine andere Farbe rein, ich mache das mal eben magendafarben. Das sind die Bereiche, die dann interessant werden. Das heißt, sobald wir hier unten drunter laufen, sollten wir die Orientierung unten suchen. Ein ganz, ganz naher Anlaufpunkt ist natürlich hier unten diese Marke. Ich werde verrückt hier. Jetzt springt der mir immer weg hier. So, wenn das jetzt nicht hält, dann muss ich das anders machen. So, also hier, dieses Level ist interessant. Ungefähr die 1766, 1765 und dieses Ausbruchslevel hier unten. Ungefähr hier die Marke von, was haben wir drin liegen? Ungefähr die 1760. Das sind mal Marker, die wir kurzfristig auf der Uhr haben können. Und dann natürlich hier unten der Anlaufbereich um die 1754 in etwa. Das sind kurzfristige Anlaufbereiche auf der Unterseite, wenn es zum Abprall kommt, für das kurzfristige Trading. Man muss immer so ein bisschen die Marktvolatilität in den kleinen Zeiteinheiten auch noch mit einbehalten. Aber wenn wir uns das mal schauen, in welchem Bereich wir uns bewegen, wenn es zum Abprall kommt, wie schon gesagt, dann sind wir hier auch im Stundenchart. Wenn wir hier drunter reinlaufen, da haben wir diesen kleinen Aufwärtsschub weggenommen. Und wenn wir da drunter fallen, ist der Weg nach unten halt da geebnet. Und da ist schon ein bisschen was am Platz da, was man auch durch die normale Schwankungsbreite des Tages momentan auch mit aufziehen kann. Hier der Blick in Silber. Jetzt gehen wir zu den Währungen und dann schauen wir uns den DAX an. Heißt also, bei den Währungen schauen wir zuerst mal auf das Währungspaar Schweizer Franken, Japanischen Yen. Hier der Blick in den 4-Stunden-Chart. Wir gucken mal ganz kurz noch in den Tagesschart hinein. Da ist gestern was Hochinteressantes passiert mit einer riesengroßen Kerze. Wenn man sich das mal anschaut, das ist wirklich, hoppala, echt irre, was hier passiert. Schaut euch mal diese Tageskerze an, wie ausladend die ist, wie hoch, wie groß die ist. Die hat oben den Deckel drauf, ganz knapp um die 113,60. Unten hat sie es tief gehabt bei 112,600. Und jetzt auch die Tatsache, wo hat sie gedreht? Es ist immer wieder das gleiche Bild. Jemand, der eng am Rechner sitzt, kann sich diese Level raussuchen und bei Umkehrsituationen dort direkt den Rückschnapper in Richtung der übergeordneten Aufwärtstunamik sehen. Weil hier, wenn wir uns den Tag mal anschauen, schaut mal, ich mache mal kurz den Lower Time Frame ein. Wir sind verortet in einem Aufwärtstrend. Das heißt, all das, was nach oben geht, läuft in Richtung der übergeordneten Zeiteinheit. Wenn man jetzt mal in die Stunde oder den 4-Stunden-Chart oder noch kleiner dann entsprechend schaut. Das ist schon positiv Dynamik. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, wie geht es weiter. Weil diese Kerze konnte sich unten nicht halten, konnte sich oben aber auch nicht halten. Das heißt, so ein richtiges Umkehrsignal aus der runtergelaufenen Korrektur ist das Ding jetzt noch nicht. Aber es ist natürlich sehr interessant, wo wir stehen, was wir machen. Warum? Hier, schaut euch das Ganze mal an. Wir sind hier verortet selbstverständlich in dem Abwärtstrend. Das ist der kleine Abwärtstrend hier. Also die Korrektur sozusagen des übergeordneten Aufwärtsarms. Hier ist der Aufwärtsarm. Das ist jetzt die Korrektur. Der Korrekturarm an dieser Stelle. Und hier wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Kurzfristig, sollten wir hier unten drunter fallen, unter diese Marke, unter dieses Schwunglevel auch hier, unter dieses Zwischentief bei um die 113, 12, 113, 9 in diesem Bereich, in diesem Drehbereich hier, wo wir gerade sind, dann schaut es eher so aus, als wenn wir wieder die Unterseite anlaufen. Das heißt, dass der Markt wieder Orientierung findet hier am Zwischentief um die 112, 600 bzw. an diesem Support bei 112, 500. Der Support, das mache ich nochmal kurz eng, kommt aus diesem Bruchbereich hier drüben, als wir dieses Hoch rausgenommen haben. Und das hat hier schon mal gehalten. Das könnte hier dann auch wieder halten. Also kurzfristig, sollten wir hier tatsächlich ein neues Tagestief schreiben, wird es interessant Richtung 112, 6, 112, 5 in diesem Drehbereich. Springt der Markt allerdings vom Tagestief wieder nach oben, also nimmt er die 113 über den Daumen 10 als Unterstützung auf und schiebt nach oben. Das wäre dann interessant für die Oberseite. Dann kommt es nämlich darauf an, hier haben wir einen Widerstand liegen um die 113, 6. Und diese 113, 6, also 113, 60 in dem Moment natürlich, wenn wir hier drüber laufen, haben wir hier einen Aufwärtstrend, der in Richtung des übergeordneten Trends läuft. Und dann haben wir die Chance, nach oben zu laufen. Anlaufmarker haben wir hier oben um die 114, 07 bzw. dann natürlich hier oben das Trend hoch bei 114, 59. Diese Marker, die liegen dann oben und das wird wirklich interessant. Also hier auch eine entscheidende Verortung, bricht es drunter unter das jetzige Level, dann eher die Unterseite favorisieren, schiebt es aber direkt nach oben hin. Dann wird es interessant, was passiert hier am Bruchbereich bei 113, 60 und dann ist der Weg nach oben erstmal da. Orientierung zum Trend hoch zwischen Anlaufpunkt 114, 07 im Schweizer Franken-Japanischen Yen. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal im Austral-Dollar, US-Dollar an. Hier haben wir auch schön eine Long-Situation drinnen, wo wir untergeordnet mittlerweile das Umkehrsignal voll und ganz am Laufen haben. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier auf Tagesbasis, schaut mal, hier sind wir verortet schön in dem Aufwärtstrend. Wir sind schön weit nach oben rauf gelaufen und haben sozusagen hier eine Kerze gehabt, die in die Korrektur gelaufen ist. Und die Korrektur schauen wir uns jetzt mal an. Warum schauen wir uns die Korrektur an? Weil das interessant zu sehen ist. Dieser Trend, den wir hier oben liegen haben, also der letzte Bewegungstrend, hier schaut es, ich zeichne es mal ganz kurz ein, also hier ging es nach unten in die Korrektur, hier dann entsprechend nach oben, das war das Korrektur-Tief hier gewesen. Hier um die Marke von 0,68, 9, 80, das ist dieser Bereich hier. Da hatten wir einen Drehbereich mit dem Zwischentief bei 0,68, 8, das ist der Marker. Hier sind wir rauf gelaufen und schaut mal, hier sind wir jetzt untergeordnet in einem Aufwärtstrend vorhanden. Und wenn dieser Aufwärtstrend sich tatsächlich nach oben fortsetzt, dann nehmen wir es zwischenhoch raus bei 0,70, 4, 2 und dann haben wir echt alle Karten in der Hand für weitere Kursanstiege. Jetzt muss ich mal kurz in den Wochenchart reingehen, dass wir schauen können, wo es hingeht. Also kurzfristig ist dann, wenn wir diesen Widerstand hier überschreiten, das zwischenhoch rausnehmen, ist der nächste Anlaufbereich mal hier noch in diesem engen Widerstandsbereich oben bei 0,70, 7, 8. Also schaut mal, dieser Bereich hier, den wir hier haben, ich nehme mal kurz dieses Rechteck raus hier, wenn ich es schaffe. Jawohl, guckt mal, der Bereich, wo wir hier verortet sind, das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich. Das ist ein Widerstandsband, da hat der Markt erst lange Unterstützung gehabt, dann ist er drunter gelaufen und dann war es ein Widerstand, wo wir nicht richtig drüber gekommen sind. Wenn der Markt tatsächlich es schafft, dort drüber zu schnäpsen, dann haben wir wirklich gute Karten nach oben zu laufen. Das heißt an dieser Stelle, wenn wir tatsächlich dort oben drüber laufen, dann haben wir Anlaufpunkte auf der höheren Seite und zwar hier an den Zwischenhochs. Ich gebe die jetzt einfach mal kommentarlos und ohne groß zu gucken, ob die Klarkommazahn stimmen rein. Aber wir haben schöne Anlaufpunkte auf der Oberseite liegen. Das heißt, wenn wir hier dieses Band rausnehmen, sind die 7208, 7209 und 7379 Anlaufmarker auf der Oberseite, die wir schön aus dem Wochenchart auch rausnehmen können. Also da kann durchaus schöne Dynamik zur Oberseite raufkommen und das Ganze dann schön nach oben hin mit begleiten. Also das wird wirklich sehr, sehr interessant hier an dieser Stelle im Austral-US-Dollar, hier mit Blick auf die Woche. Aber wir gucken die Woche jetzt nur an, um sozusagen das Potenzial zur Oberseite zu sehen, wenn der Markt tatsächlich nach diesem starken Schub diesen Widerstandsbereich rausnimmt, um das Ganze zu sehen. Und dann auf Tagesbasis wirklich, da sind wir schön nach unten reingelaufen. Die Umkehr ist jetzt gekommen. Und jetzt zoome ich nochmal ein kleines Stückchen runter, wie schon gesagt, in den vier Stunden. Wenn es hier tatsächlich zur Trendfortsetzung kommt, dann können wir uns tatsächlich nach oben orientieren. Und dann haben wir gute Chancen, dieses Widerstandsband hier zwischen 0,73 und 0,70, knapp 8 nach oben rauszunehmen und dann die oberen Bereiche entsprechend anzulaufen. Das also mit Blick auf den Chart von Austral-US-Dollar. Dann schauen wir uns jetzt den DAX an und dann geht es zu den Wunschmärkten. Und da habe ich Euro, japanischen Yen momentan da. Weitere Fragen habe ich da aktuell nicht. Das heißt, an dieser Stelle ist das dann der Wunschmarkt, den wir heute besprechen. So, nur aber hier zum DAX. Und zwar, wo ist er hin? Da ist er hin. Zacki, zack. Da ist er da. Es war sehr interessant, was hier gestern passiert ist. Ich habe mich da Intraday wirklich sehr darüber gefreut, dass das Level auch gehalten hat. Weil wir haben gestern früh noch gesprochen, wo ein Haltelevel für den DAX ist. Schaut euch das mal an. Wir hatten darüber gesprochen. Oben. Gestern. Das war der O-Ton von gestern. Wenn wir hier unten drunter durchfallen, haben wir erstmal den Weg offen über die Level. Passt auf. Wir hatten gestern wirklich darüber gesprochen. Hier unten, dieser Schwungbereich um die 12.700 und dann der Auffangbereich hier. 12.550, 12.600. Da haben wir gestern früh darüber gesprochen. Und schaut euch das mal an, wie gut das planbar ist. Hier der Gegentrend. Hier hat man Kauflevel, hier hat man Kauflevel, dort hat man Kauflevel oder Verkauflevel sozusagen. Das heißt, Thema Absicherungspositionen. Da kam plötzlich Bewegung in den Markt rein. Und dann waren die alle abgefrühstückt. Und dann sind wir in den Kaufbereich reingekommen. Und schaut euch das mal an. Der Kaufbereich ist sehr schön dafür genutzt worden, wieder nach oben zu drehen. Und jetzt trenden wir hier schon wieder Stück für Stück nach oben. Die Kuh nach unten ist noch lange nicht vom Eis. Heute ist Fetttag. Da kann alles passieren. Das heißt, was jetzt hier passieren kann an dieser Stelle ist, ich zeichne es mal kurz ein, dass wir hier sozusagen hier an dieser Stelle das sehen. Wir laufen hier einfach noch ein Stück nach oben und der Markt zieht dann nach unten. Macht einen Gegentrend. Dann wird das nächste Korrekturlevel interessant. Das heißt, das wäre dann hier unten dieser Marke um die 12.400 beziehungsweise knapp die 12.300 Punkte Marke. Das wäre dann dieser Bereich und dieser Bereich hier in diesem Sinne, der da interessant werden würde. Das muss man auf der Uhr haben. Aber nichtsdestotrotz, die Aufwärtsseite ist auch da. Wir sind verortet in einem Aufwärtstrend. Und wenn wir hier wieder positiv reingehen und sich das Ganze fortsetzt, das wäre sehr interessant. Die Verortung momentan ist eine schöne. Und das wird jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, was passiert. Hier können wir nämlich relativ schnell sehen, ob wir latente Stärke oder latente Schwäche vorhanden haben. Warum das Level, wo wir hier gerade verortet sind, die knapp 12.740 Zähler, ist der Knackpunkt momentan. Laufen wir drüber, gehen wir über den untergeordneten Widerstand wieder rein und dann haben wir die Chance, oben rauf zu laufen auf die 12.900 bis 13.000 Punkte Marke. Das ist oben der Widerstand. Das hatte ich ja auch gesagt, dass diese Marke hier oben, das ist schon ein starker Knackbereich. Und das ist wahrscheinlich, dass wir da nicht hier mal einfach mit einem Fingerschnips drüber laufen. Also wenn das flott gehen soll, brauchen wir irgendeinen Indikator für den Markt, der sehr, sehr positiv ist. Vielleicht ist es ja die FED heute Abend. Das ist hochpotenziell, was da heute Abend kommt. Ansonsten, wie schon gesagt, die 13.000 Punkte Marke haben wir oben drin liegen. Und wenn die positive Dynamik über diese Zwischenlinie hier oben drüber geht, das wäre dann wirklich sehr, sehr positiv zu sehen und das sehr, sehr bullisch. Ansonsten, wenn wir drunter durchfallen, dann haben wir im Kleinen die Anlaufpunkte wieder liegen. Also für die kurzfristigen Trader einfach mal schauen, was passiert hier unten drunter. Unter diesem Punkt, also hier haben wir dann die Anlauflevel 12.613, 14 in diesem Bereich. Hier haben wir einen kleinen Drehbereich 12.580. Dann haben wir hier den Unterstützungsbereich um die 12.550. Das Tagestief von gestern um die 12.500. Und dann hier unten das Tief vom Schwungbereich hier um die 12.340 Zähler. Also da ist eine Menge, Menge Sachen, die wir auf der Unterseite mit rannehmen können für den DAX, auch für die Planung kurzfristig, wenn es hier deutlicher nach unten gehen sollte. Und wie schon gesagt, wenn dieser Bereich hier rausgenommen wird um die 12.500, dann sieht das eher so aus, dass wir doch weitere Dynamik nach unten sehen, dass wir eine deutlichere Korrektur zu dem sehen, was wir im Vorfeld an Anstiegen hatten. Und das ist das, was wir hier spielen. Also der DAX ist extrem interessant und mit vielen, vielen guten Chancen gespickt, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite. Und damit gehen wir jetzt noch zum Wunschmarkt. Euro, japanischer Yen wurde hier gefragt und den schauen wir uns natürlich an. Hier wurde ich gefragt, wie ich den einschätze. Wenn wir uns das Ganze hier mal auf der Tagesbasis anschauen wollen, ich schätze Euro, japanischen Yen mittlerweile etwas bullisch an. Also hier an dieser Seite, wenn wir uns mal ganz kurz etwas zusammenraffen, hoppala, raffen, nicht größer machen. Wir sind hier mittlerweile endlich aus dieser endlosen Seitwärtsphase auch ausgebrochen. Das heißt, wir hatten ja hier sozusagen oben lange Zeit den Deckel drauf. Schaut mal hier dieser Drehbereich oben um die 100, was haben wir, 122, 65 haben wir hier oben drüber liegen. Es hat ewig gedauert, gefühlt ewig, bis wir da wirklich ordentlich drüber gekommen sind. Wir sind hier unten in den Aufwärtstrend reingegangen, haben oben alles rausgenommen. Und ich finde jetzt im eurojapanischen Yen die Chance nach oben schon gut vorhanden, weil wir in der Aufwärtsdynamik verortet sind. Und das Korrekturmuster mir an dieser Stelle auch relativ gut gefällt. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, schaut mal, wir sind hier herangelaufen nach unten hin. Und wir sind jetzt hier in so einer Art bullischer Flagge. Also hier dieser Trendkanal, den wir hier haben, ich skizziere den einfach mal ganz kurz hier an dieser Stelle. Also schaut mal, das hier ist der Trendkanal, der hier so ein bisschen nach unten läuft. Wir sind in einem guten Level auch angekommen hier an dieser Stelle. Das heißt, wir sind hier unten um die 121,2 sind wir erstmal unterstützt. Das ist ein gutes Kauflevel hier. Der hat der Markt ja hier kurzfristig gedreht. Hier ist er gestern auch wieder hochgelaufen. Es wäre jetzt natürlich interessant zu sehen, wenn wir hochgehen. Die potenzielle Korrekturausweitung ist natürlich auch da. Da kommt es so ein bisschen auf die 121,2 an. Sollten wir da drunter laufen, wir sehen es halt blöderweise. Es ist halt viel, viel Luft nach unten, weil die Schwankungsbreite so groß gewesen ist. Also diese massive Dynamik dieser letzten Bewegung gibt uns halt auch das Potenzial für eine tiefe Korrektur. Deswegen schauen wir uns das mal eben kurz hier im 4-Stunden-Chart mit an. Und da sehen wir es halt. Schaut mal, das war der letzte Move nach oben. Das war der Trend, der sich hier entsprechend entwickelt hat. Und wenn wir uns mal anschauen, wo es hier weiter hingehen kann, dann haben wir hier einen Marker liegen. Hier nach diesem Dreieck der Ausbruchsbereich um die Marke von 120 japanischen Yen. Und dann können wir uns hier so ein bisschen an den Zwischentiefs orientieren. Die haben wir liegen hier um die 119,40, um die 118,85 und dann hier den Ausbruchsbereich um die 118,50. Das sind Marker, die sind durchaus denkbar im Sinne einer Korrekturfortsetzung. So weit ist es nicht. Man muss das Ganze aber wirklich auf der Uhr haben. Sollten wir hier untergeordnet allerdings einen Aufwärtstrend bekommen, das heißt, wir jetzt nicht hier ein neues Zwischentief machen, sondern vorher rumdrehen, ein höheres Zwischentief und dann den Weg hier über dieses Tageshoch laufen oder über dieses kleine untergeordnete Korrekturhoch hier. Das wäre bullisch zu sehen. Das wäre die Umkehr der Nachfrage und dann können wir uns wieder nach oben orientieren. Und das wäre an dieser Stelle oder an dieser Stelle auch ein schönes Beispiel oder ein schönes Zeichen davon, dass der Markt auch wieder mit der Stärke zurückkehrt und dieses alte Ausbruchslevel hier direkt wieder zurückerobern möchte. Das wäre schon mal ein Zeichen. Momentan sieht es noch nicht so aus. Ja, wir sehen es. Die Kerze taucht wieder ordentlich ab. Es ist eine Gewinn-Mitnahme-Kerze. Kurzfristig wurden Gewinne mitgenommen und der Markt läuft nach unten. Aber wenn das wieder dreht nach oben hin, dann haben wir schon die Chancen hier rauf zu laufen. Das heißt, wichtiger Marker wäre das Tagestief von gestern. Wenn wir das nicht unterschreiten, wäre das erstmal ein bisschen positiv zu sehen. Und wenn wir dann nach oben drehen und aus diesem Trendkanal ausbrechen, das wäre dann die Umkehr hier aus der steilen Flagge im eurojapanischen Yen. Das Ganze hier der Blick rein. Also ich sehe es recht bullisch, wenn wir nach oben ausbrechen. Aber immer ein bisschen auch noch im Hinterkopf. Die potenzielle Korrektur ist noch längst nicht zu Ende. Und da gibt es nach unten viel abzulupfen. Wir sehen es durch die hohe Dynamik, bringt das der Markt entsprechend auch mit sich. Das ist der Blick in eurojapanischen Yen. So, jetzt checke ich nochmal kurz die Nachrichten. Facebook bringt keine neuen Nachrichten. Auf GoToWebinar auch keine neuen Fragen. Dann sage ich an dieser Stelle einen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Morgen wieder 8.30 Uhr die Einladung reinzuschalten. Hier live in den Morningscreen der Märkte mit ein paar Handelsideen. Gerne auch die Zeit für die Wunschmärkte. Den Blog-Eintrag gibt es vorher. Ansonsten alle einen guten Trading-Tag und bis morgen. Tschüss. Und natürlich nicht vergessen, danke fürs Zuschauen.